Also ich bin hier der Serviette-Aufstelle. Hallo, herzlich willkommen hier im Jagdschluss Fasanerie. Wir sind ein Restaurant, eine Event-Location. Mein Name ist Harald Kaut, bin seit 33 Jahren in der Gastronomie tätig. Ja, und freue mich, dass ihr heute bei uns seid. Kommt rein! Meine Aufgaben hier im Unternehmen ist mir der kaufmännische Teil. Ich bin auch Konditeurmeister und auch Koch. Ich bin hier für die Patisserie zuständig. Das heißt, wir haben auch viele Kuchen, die wir selber machen, viele Torten. Der Sees natürlich. Hier ist unsere Karte. Wir achten immer darauf, dass wir wenige Hauptgerichte, wenige Vorspeisen und wenige Desserts drauf haben. Wir legen eher Wert auf eine Tageskarte und auch unsere Karte wechselt immer in einem gewissen Turnus. Und in der Regel alle zwei Monaten machen wir eine neue Karte. Kommt mal mit, ich zeige euch mal die Küche. So, das ist der Murat. Das ist hier unser Küchenchef. Hallo! Also, ich koche für euch Lachs vom Grill mit Spinat und Wildreis. Hier habe ich eine sogenannte Zitrone, also eine Soße aus Zitrone, Sahne. Also, wir gewinnen bei meinem Lokal und dein Lokal. So, dann tschüss. Ich wünsche euch alles Gute. Vielleicht sehen wir uns irgendwo nochmal, entweder hier bei uns im Haus oder beim Kollegen. Irgendwo werden wir uns sehen. Macht's gut. Tschüss.